So, bitte. Naja, sicherlich. Wir danken heute dem Herrn Bundeskanzler Magister Viktor Klima. Er hat das Land brav verwaltet in den letzten drei Jahren. Und dafür gebührt ihm die Verdienstmedaille der Republik in Bronze mit Band. Und ich lege noch ein Empfehlungsschreiben dazu, damit der Start in die Privatwirtschaft leichter fällt für ihn. In diesem Sinne, machen Sie es gut, wo immer Sie hingehen. Muchas gracias, Herr Präsident. Einstiegsfrage hat irgendwer milde Sorte für mich. Meine schlafen noch im Schickautomaten. Folgendes, ich habe mich jetzt über die Eiser Richtung Argentinien, werde ich jetzt chatten. Und es ist ja so, Viktor Klima war Österreich immer scheißegal. Und wenn ihr glaubt, dass ich allein unterwegs war, dann sag ich nur ein Wort, was nach mir kommt. Weil das wird furchtbar. Und die Grotte frisst das alle alleinig. In diesem Sinne, adios. Erst wickel wie spät ist es denn? Auf der Uhr. So ein Kaiserwetter am Angelobungstag. So schön könnte man bergwandern gehen und wir müssen da regieren. Du. Geh, wo bleibt denn das? Fräulein braucht die extra Einladung oder was? Du filmen die, glaubst du, schon da mit den Kameras? Ah ja, wenn das rote Licht leitet, filmen wir. Fräulein, auch bitte, so wie der Michael Krüger ein Latte Macchiato. Ja, ich auch bitte ein Latte Macchiato. Aber mit Magamilch, ich habe schon da mein Gastro-Problem. Ja, Karl-Heinz, bist du schon wieder durch das Internet gechattet? Durchs Internet surft man. Ach, du surft, ja. Chatten tut man in der Karibik mit einer älteren Dame. Ja, du musst es ja wissen. Ja, ich bin gerade auf der Suche nach einer, einer Fiona, ob ich kennengelernt. Ja, ist das nicht ein Mann, hörst du? Ich weiß nicht. Ist es wurscht. Ja, wo war das? Ja, wo war das?